Liebe Kinder, heute am 25. Dezember 2015 ist Weihnachten vorbei Und heute werden wir uns gemeinsam mit euch den Seiboldsoft Jahresrückblick in voller Länge anschauen Mensch, jetzt redet doch mal ein bisschen schneller, maaaann Jo, ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Seiboldsoft Ein ganz neuer Anschlag oder was auch immer, ne ein Antritt, ne ein Anfang, genau Ein Anfang, nämlich unser Jahresrückblick, heute mal nur in Ton Denn wir müssen unsere Downloadraten ganz niedrig, beziehungsweise unsere Uploadraten ganz niedrig halten Damit hier die Deutsche Telekom nicht am Rad dreht, denn sonst wird die Drosselkom wieder eingeschaltet Ja, was haben wir dieses Jahr erreicht, was wollen wir nächstes Jahr tun Fangen wir erstmal damit an, was wir dieses Jahr in Seiboldsoft oder in unserer Firma allgemein erreicht haben Erreicht haben wir sehr viel, wir haben wieder mit einigen neuen Firmenkunden zu tun Wir haben Internetseiten aufgebaut, wir haben Kunden betreut, Firma betreut Wir haben Privatkunden betreut, PCs verkauft, Laptops verkauft, Hardware verkauft Wir haben auch ein paar Unboxing-Videos darüber gemacht Handys habe ich mir, zwei neue zugelegt, die wir dann angeboxt haben Ungeboxt, angeboxt, ausgepackt, Mensch So, ja, das haben wir gemacht Dann bei YouTube hat sich natürlich wahnsinnig viel getan in diesem Jahr Das ist Wahnsinn, was da innerhalb von einem Jahr, was sich da getan hat Letztes Jahr saßen wir da und hatten, ich glaube, 6000 Aufrufe im Monat Und jetzt haben wir schon 21.000 Aufrufe im Monat Wahnsinn, innerhalb so einer kurzen Zeit, das Ganze vervierfacht Ist doch Hammer Ja, was hat sich noch getan bei Seibold Saft Wir haben dieses Jahr vermehrt versucht, den Leuten quasi näher zu kommen Das heißt, eure Kommentare, eure Anregungen, euer Feedback noch mehr bei uns mit einzubinden in den Videos Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dieses Jahr ein kleines Forum zu gründen www.winmaster.de, Klammer will ich gleichwerken mit nebenbei Darin könnt ihr euch gern austoben und euch quasi gegenseitig helfen Denn ich habe nicht immer Zeit, alles selber zu beantworten Und es sind noch ein paar Experten im Forum Wir haben einen Fachinformatiker im Forum Wir haben einen Programmierer im Forum Wir haben einen Fotografen im Forum Und natürlich noch meine Wenigkeit Obwohl ich nur Dekoration bin Aber trotzdem Es gibt auch schöne Deko Ja Ja, ich habe hier schöne Deko dastehen Ernsthaft Bierflaschen Ne Gut Machen wir weiter mit dem Text Obwohl ich gar keinen Text habe Ich hätte mir vielleicht eigentlich noch ein Skript schreiben sollen Ähm Ja Was sind so die Pläne für nächstes Jahr Die Pläne für nächstes Jahr sind Dass wir versuchen werden Ein paar Firmen anzuschreiben Denn wir sind mittlerweile in der YouTube-Kanalgröße Ähm Um eventuell ein paar Firmen anzuschreiben Dass wir mal ein paar Testartikel bekommen Sprich Hardware, Software Vielleicht mal irgendein Programm oder so Das ist irgendein Lizenz-Key für Ein halbes Jahr Keine Ahnung Oder irgendwie ein Mainboard Oder ein RAM-Riegel Tastatur, Maus Was wäre ich Irgendeine Testsoftware oder was auch immer Vielleicht gehen wir da mal ran Wie gesagt Ich denke, dass wir mittlerweile in der Kanalgröße sind Um uns das mal zu erlauben Hier ein paar Firmen anzuschreiben Ähm Des Weiteren werden wir nächstes Jahr Versuchen Unseren Online-Shop Weiter voranzutreiben Ich weiß, da hat sich bis jetzt immer noch nichts getan Obwohl ich das schon mehrfach mit angesprochen hatte Hängt aber auch damit zusammen Die ganzen rechtlichen Probleme Die wir so Mit der ganzen Sache haben Wie gesagt Abmahnung war dieses Jahr auch ein Thema Bei uns Ähm Ihr kennt das ja im Video damals Hatte ich das mit erwähnt Firma Saalfeld Hatte uns mit Abmahnung gedroht Wegen diesen Kindersicherungs-Videos Ähm Und nach einer kurzen Verschnaufs-Pause intern Und Haben wir uns dazu entschlossen Die Videos dann trotzdem nochmal wieder online zu stellen Beziehungsweise neue Videos zu machen Zu neuen Programmen Aber auch eben zu Saalfeld Hat sich aber bis jetzt noch nichts mehr getan Also ich halte euch da aber auf jeden Fall auf dem Laufenden Was hat sich sonst in der Welt des ITs in 2015 noch getan? Einiges Und zwar haben wir wieder Sicherheitslücken und Master Lass ich mir jetzt das aufzählen weg Ähm Und unsere lieben Freunde aus Redmount Nicht Apple Nein Ach ne die kamen ja nicht aus Redmount Ähm Unsere lieben Freunde aus Redmount Also Microsoft Hat dieses Jahr ein neues Äh Einen neuen Bug vorgestellt Äh ein neues Betriebssystem vorgestellt Und zwar Windows 10 Ein Betriebssystem Welches wir Ja Keine Ahnung Also Ja Ein Betriebssystem halt Also Microsoft hat versucht in diesem Betriebssystem wieder einiges besser zu machen Ähm Im Gegensatz zu Windows 8 Wo es wie gesagt Ich kann da Keinerlei Empfehlungen geben Was jetzt hier besser ist Ob jetzt Windows 7 besser ist Oder Windows 8 Oder Windows 10 Das muss jeder für sich selber entscheiden Ich hab dazu und zwar ein paar Fragen bekommen Im Forum Auch bei YouTube In den Kommentaren Aber wie gesagt dazu Sage ich Nichts Denn äh Ja Ja Ein Kavalier genießt und schweigt Gut Hätten wir das auch abgearbeitet Ähm Zu der IT Welt Und damit sind wir eigentlich schon hier wieder fast durch Zum Abschluss noch mal ein bisschen staubtrockene Statistik Denn äh Bei YouTube wie gesagt hat sich sehr viel getan Wir haben jetzt hier Zeitraum Site Erstellung Es knistert Ich weiß Meine Blätter hier Ich hab mir es nämlich extra ausgedruckt Wir haben hier Gesamtaufrufe Site Erstellung 172.268 Und wir haben geschätzte Gesamteinnahmen von X Hehehe Ähm Wir haben Ähm Wir haben Wir haben Wir haben 1.484 positive Wertungen 179 negative Und ganz viele Top 10 Videos Unter anderem 10 Gründe gegen Windows 10 Ich hab's doch gewusst Ähm Und natürlich auch Und natürlich auch Whatsapp Whatsapp Und nochmal Whatsapp Und da sind wir auch schon da Ähm Ich werde nächstes Jahr wieder versuchen Eure ganzen äh Euer ganzes Feedback Ähm So gut wie es geht Mit einzubauen Ähm Scheut euch auch nicht Wie gesagt bei uns im Forum vorbeizuschauen Lohnt sich auf jeden Fall Und damit war's Das eigentlich schon so wieder So gut ähm Es geht 2016 Kommt 2015 Neigt sich dem Ende entgegen In wenigen Tagen Ist 2015 vorbei Und wir können uns sicher sein 2015 wird genauso bescheuert Wie 2000 Ne Quatsch Jetzt hab ich mich Quatsch versprochen 2016 wird genauso bescheuert Wie 2015 Machen wir das Beste draus Und damit bedanke ich mich Fürs Zuschauen Wünsche euch Einen wunderschönen Tag Und ein wunderschönes Neues 2016 Gibt's auch ein altes 2016 Ja Vor Christus ne Na gut Ist egal Ein neues 2016 Ähm Bleibt uns treu Abonniert uns Liked uns Teilt uns Besucht uns Gebt uns einen Kaffee aus Und Damit verabschiede ich mich Bedanke mich nochmal fürs Zusehen Tschüss